Der Service für den Surfer steht ganz oben im neuen Internetauftritt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wer eine der vielen hundert Veranstaltungen der Kirche besuchen möchte, ob Konzert, Diskussion oder Ausstellung, der findet im neuen Kalender schnell und einfach das für ihn passende Angebot. Zudem präsentiert sich die neue Seite multimedial, Nachrichten aus der Kirche im Video, Audioslideshows oder Bildergalerien. Und die Kirche lädt zu einer Pause ein im sonst so hektischen Internet. Es gibt einen Pausenknopf. Wer da drauf klickt, der sorgt dafür, dass der ganze Inhalt, der aktuelle Inhalt der Website verschwindet. Ein wunderschönes Bild erscheint mit dem christlichen Wochenspruch aus der Bibel. Und wenn man dann wieder so weit ist, kann man den Pausenknopf zurückdrücken und dann kehrt die Welt wieder auf den Bildschirm. Neben dem neuen Internetauftritt erwartet die 1,7 Millionen Mitglieder der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Post von ihrem Kirchenpräsidenten. Der Brief soll die Menschen auf die wichtigen christlichen Feiertage Karfreitag und Ostern einstimmen. Lichtblick Ostern stellt den Zusammenhang von Karfreitag und Ostern dar und führt damit in die Grundfrage, was ist die Hoffnung des christlichen Glaubens angesichts des Todes? Das Motiv der Osteraktion der Kirche kommt nicht nur per Post nach Hause, es ist auch auf Großplakaten in der Region zu sehen, außerdem in Form großer Banner an Kirchentürmen. Insgesamt gibt die Kirche rund 687.000 Euro für die Aktion aus. Ich finde es schön, weil es für mich strahlt Hoffnung aus. Das Weiße und auch mit dem Wiedersehen, dass da wieder die Hoffnung kommt, also ich finde, das passt halt einfach zu Ostern. Weil dieser Gegensatz so da ist, dieser Tod, dieser Verlust und andererseits aber dieses Frohe, dass man vielleicht weiß oder vielleicht hoffen kann, dass man ihn irgendwann wieder sieht. Vielen Dank.